Das ist unser Grilltisch SmallBuddy. Dein perfekter Begleiter für das Zu- und Vorbereiten im Freien. Der SmallBuddy hat ein Gewicht von rund 50 Kilogramm, eine Arbeitshöhe von 95 Zentimeter, eine Edelstahlarbeitsfläche von 60 x 55 Zentimeter und ein Stauvolumen von rund 220 Liter. Der Grilltisch wird zu 100% in Deutschland und ausschließlich aus hochwertigen Materialien gefertigt. Perfekt für 365 Tage an der frischen Luft. Damit während des Zubereitens nichts hinten rüber fällt, besitzt der SmallBuddy eine Gewürzlade. Diese lässt sich sogar in der Tiefe verstellen, um auch große Behälter zu verstauen und sicher zu lagern. Im oberen Bereich des Grilltisches befindet sich die voll ausziehbare Schublade mit Soft-Close-Funktion. Die zwei installierten und herausnehmbaren GN-Behälter sind super nützlich für Schnittabfälle oder vorbereitete Lebensmittel. Im voll ausgezogenen Zustand lässt sich die 60 Liter große Schublade mit bis zu 25 Kilogramm belasten. Im unteren Bereich des SmallBuddies befindet sich die doppelwandige Schranktür, die einen Stauraum von rund 160 Litern bietet. Ein stabiler Zwischenboden teilt diesen Raum für eine gute Organisation in zwei separate Bereiche. Auch die Schranktür ist mit einer Soft-Close-Funktion ausgestattet, sodass du immer das Gefühl von Qualität in der Hand hältst. Die vier 75 mm hohen Lenkrollen und die zwei stabilen Seitengriffe sorgen dafür, dass der Grilltisch trotz des beachtlichen Gewichts leicht verschoben bzw. angehoben werden kann. Die Lenkrollen sind jeweils für 120 Kilogramm ausgelegt und sorgen mit der Feststellräume für einen richtig sicheren Stand. Gemeinsames Zubereiten an der frischen Luft. Mit deutscher Qualität und einem cleveren Design, das sich 365 Tage im Jahr begleitet. Viel Freude damit!